Wachst du manchmal auf und hast schon tausend Gedanken im Kopf? Wirst du manchmal unruhig, fühlst dich überfordert, hast vielleicht krasse Sorgen und Angst? Ich zeige dir heute vier einfache Mittel, mit denen du Unruhe und Sorgen lindern kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Es ist im Grunde genommen eine Kette. Es beginnt damit, dass wir zu viele Gedanken haben, unser Kopf ist zu voll. Und wenn das eine Zeit lang so geht, dann werden wir unruhig, schließlich fühlen wir uns überfordert und einzelne Gedanken bewerten wir dann sehr negativ, dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Und schließlich führt das zu Angst und wir visualisieren etwas, was nicht passieren soll und fürchten uns davor. Buddhisten nennen den vollen Kopf Affengeschnatter. Es ist so, als wenn eine Horde von Affen in unserem Kopf durcheinander brüllt und daraus ergeben sich dann die Sorgen-Gedanken. Wenn unser Geist ruhig ist und geordnet ist, dann können wir mit Sorgen sehr gut fertig werden. Sie kommen dann gar nicht erst auf. Hier sind meine vier besten Tipps gegen Affengeschnatter und Sorgen-Gedanken. Tipp 1. Sorgen sind nicht etwas, was entsteht. Das merkst du schon in der Redewendung. Ich mache mir Sorgen. Das heißt, sie sind gar nicht da. Wir bauen sie uns erst. Wir machen sie. Oder zumindest lassen wir sie entstehen. Es ist dann gut, wenn wir nicht gegen das Affengeschnatter und gegen die Sorgen-Gedanken ankämpfen, sondern wenn wir sie einfach wie ein objektiver Beobachter in unserem Kopf beobachten und ihnen zuhören. Das ist der erste Tipp. Werde ein objektiver Beobachter. Also objektiv bist du dann, wenn du eine Sorge bewertest, indem du sie zum Beispiel auf eine Skala bringst. Du könntest dir sagen, okay, ich habe eine Sorge. Ich habe Sorge vor dem und dem. Und dann fragst du dich, wie schlimm ist diese Sorge auf einer Skala von 1 bis 10. 1 gar nicht schlimm, 10 ganz, ganz schlimm. Mit anderen Worten, wenn das also passieren würde, wie schlimm wäre das wirklich? Manche Menschen bewerten ihre Sorgen unbewusst sehr dramatisch. Und es gibt einen einfachen Kniff, wie du das verhindern kannst. Also wie du verhindern kannst, dass du deine Sorge überbewertest. Du schreibst dir einfach die Zahlen 7, 8, 9 und 10 auf einem Blatt Papier. 7, 8, 9, 10. Und überlegst dann, was wären Katastrophen, die so schlimm wären, dass eine dieser Zahlen erreicht wäre auf deiner Skala der Bewertung deiner Probleme, deiner Sorgen, deiner Katastrophen. Vielleicht ist eine tödliche Krankheit eine 8. Eine tödliche Krankheit. Du sagst, hey, das ist doch schon eine 10. Nein, nein. Vielleicht ist eine tödliche Krankheit mit entsetzlichen Schmerzen eine 9. Und vielleicht ist, wenn du mehrere Menschen liebst aus ganzem Herzen und die alle durch einen Unfall verlierst, dass das vielleicht noch schlimmer ist und eine 10 ist. Wenn du das notierst, dann hast du plötzlich einen Richtwert für wirklich schlimme Ereignisse. Dann wirst du nicht mehr irgendwie so schnell etwas überdramatisieren, was in Wahrheit gar nicht so schlimm ist. Das erfordert aber etwas Übung und etwas Vorbereitung. Eben, indem du einmal für dich festlegst, was ist wirklich dramatisch in meinem Leben. Was ist dramatisch in deinem Leben? Das mal aufschreibst. Und dass du dann bereit bist, dich nicht von den Stimmen deines Kopfes verführen zu lassen, sondern sie einfach wie ein objektiver Beobachter betrachtest. Und sie bewertest. Und auf Skala von 1 bis 10, wie schlimm sind sie? Das alleine wird dich dazu bringen, dass du viele Dinge sehr viel weniger dramatisch siehst. Um deine Emotionen wahrhaft zu meistern, habe ich eine kostenlose Challenge ins Leben gerufen. In 10 Tagen zeige ich dir die Geheimnisse der Menschen, die sich fast immer gut fühlen und wie du sie lernen kannst. Also melde dich jetzt gleich kostenlos an, klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und werde zum Meister deiner Emotionen. Wir müssen einfach unser Gehirn überlisten. Denn wir dramatisieren nicht, weil wir irgendeinen Defekt in unserem Kopf haben, sondern weil diese Programme uns das Überleben gesichert haben in der Evolution. Wenn wir etwas zu dramatisch gesehen haben, sind wir schneller gelaufen, haben stärker gekämpft, blieben länger am Leben. Aber heute hilft uns dieses Überdramatisieren überhaupt nicht. Im Gegenteil, es schmälert unsere Lebensqualität. Werde also objektiver Beobachter, indem du eine Skala machst und bewertest, wie schlimm ist das wirklich. Tipp 2. Lerne mit deinem Geist zu sprechen. Unser Geist redet die ganze Zeit, eben dieses Affengeschnatter. Und sehr oft sagt er dann auch negative Dinge. Ich kann das nicht, ich bin nicht genug, ich bin zu müde, ich weiß nicht genug, ich weiß nicht weiter. Lerne Gespräche mit deinem Geist zu führen, die positiv sind. Lerne dir zu sagen, weißt du was, ich glaube, du und ich, wir können das. Auch hier gibt es einen einfachen Trick. Sag einfach relativ laut, ich kann das, indem ich. Du weißt noch gar nicht, was du da kannst, aber du sagst einfach, ich kann das, indem ich. Wenn du das sagst, macht sich dein Geist auf die Suche nach einer Begründung. Nach einem Beweis, nach einem Weg, wie du das schaffst. Also aus dem destruktiven Geist wird jetzt ein Lösungssucher. Von wirklich erfolgreichen, großen Führungskräften wissen wir, dass sie solche Sätze manchmal sagen, ohne dass sie die Lösung haben. Sie sagen dann, ich habe eine großartige Idee, wie wir dieses Problem lösen können. Wir werden einfach, Sie wissen doch gar nicht, was Sie sagen wollen. Aber während Sie das sagen, verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen jetzt nach, wir werden einfach, auch wirklich etwas Sinnvolles einfällt. Das klingt komisch, aber es funktioniert auf jeden Fall. Versuch es mal. Dein Geist kann sehr destruktiv sein, wenn du ihn nicht trainierst. Er kann aber auch ein unfassbar genialer Helfer sein, wenn du ihn richtig einsetzt. Du kannst es noch ausweiten, indem du sagst, ich werde immer besser und besser, indem ich. Ich werde immer stärker und stärker, indem ich. Ich werde immer weiser, klüger, kreativer, indem ich. Gelassener, indem ich. Stoischer, indem ich. Die dritte Strategie ist Mitgefühl zu dir selbst. Dass du dich also nicht selber verurteilst. Du machst dich nicht runter, wenn du schwach bist oder aus den Sorgen nicht rauskommst, sondern du verhältst dich zu dir selber wie zu einem Freund. Du nimmst dich selber in den Arm. Dieses Affengeschnatter in deinem Kopf, diese Sorgen-Gedanken. Du sprichst dann zu ihnen wie zu einem Freund. Du könntest dann zum Beispiel sagen, hey, machst du dir Sorgen? Hast du Angst? Okay, lass uns mal drüber nachdenken, wie ich dir helfen kann. Das klingt jetzt echt ein bisschen komisch. Ich weiß, aber es hilft. Dein Geist ist ja nicht dein Feind. Er ist nur manchmal ein bisschen außer Kontrolle. Das hat damit zu tun, dass unser Geist gar nicht zum Denken gemacht ist. Da sprechen wir gleich in Tipp 4 drüber. Und so kann der Geist manchmal gar nicht so gut mit so vielen Gedanken umgehen. Und deswegen nimmst du ihn gewissermaßen wie ein Freund in den Arm. Es ist nun mal so, in unserer modernen Welt entstehen viele Gedanken. Und viele Gedanken führen zu Unruhe, Unruhe zu Überforderung, Überforderung leicht zu sorgen, aus Sorgen werden Angst. Diesen Kreislauf können wir gut durchbrechen, indem wir unseren Geist mit seinem Affengeschnatter und seinen Sorgen als Freund ansprechen. Hey, wie kann ich dir helfen? Du wirst dich wundern, das Affengeschnatter macht eine Pause. Sag einfach zu dir selbst, wie kann ich dir helfen? Auch die Sorgengedanken machen eine Pause. Und dein Geist denkt jetzt zusammen mit dir darüber nach, wie ihr beide dir helfen könnt. Natürlich bist du und dein Geist eins. Das weiß ich schon, ich bin jetzt nicht gerade durchgeknallt. Aber es hilft dir vorzustellen, dass ihr zwei seid und euch jetzt gemeinsam, nicht gegeneinander, sondern gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung macht. Probier es aus. Tipp 4. Sorgen haben immer damit zu tun, dass wir über etwas nachdenken, was in Zukunft passieren könnte. Wenn jetzt etwas nicht in Ordnung ist, dann hast du ein Problem. Aber keine Sorgen. Sorgen hast du vor zukünftigen, möglichen Problemen. Jetzt ist es wichtig, dass es dir gelingt, im Jetzt zu bleiben. Dass du also nicht über die Zukunft nachdenkst, sondern im Jetzt hier bleibst. Wie kannst du das tun? Die Antwort liegt schon in der Frage. Wie kannst du das tun? Du musst etwas tun. Wenn du etwas tust, werden Sorgen sofort schwächer. Denn Sorgen bringen dich in die Zukunft und Tun bringt dich zurück ins Jetzt. Wenn du im Jetzt bleibst, hast du keine Sorgen. Wir haben eben gesagt, dass unser Geist gar nicht geschaffen wurde, um zu denken. Klingt komisch, aber stimmt. Unser Geist ist entwickelt worden, um zu handeln, nicht um zu denken. Und deswegen fällt Denken uns auch gar nicht so leicht. Wir haben es auch oft gar nicht so gerne. Für die Werbung gilt ein ganz wichtiger Satz. Wenn du im Marketing bist, musst du das verstehen. Brain equals pain. Müsst auch alle Verkäufer verstehen. Brain equals pain. Also, im Gehirn zu sein, zu denken, bedeutet Schmerz. Wenn du etwas verkaufen willst als Marketer, geh ins Gefühl. Wenn du also Verkäufer bist und deine Kunden zwingst, nachzudenken, dann hast du es sehr schwer, diesen Kunden etwas zu verkaufen. Wir wollen nicht denken. Zumindest nicht zu viel. Und nicht zu viel Kompliziertes auf einmal. Nicht zu viel Neues. Wir wollen so viel denken, dass wir handeln können. Das macht uns Spaß. Denken, handeln. Denken, handeln. Dann sind wir glücklich. Also, überlege, was du jetzt tun kannst. In diesem Moment, wo du diese Sorgen hast, kannst du einen Spaziergang machen. Tu es. Kannst du aufräumen. Tu es. Kannst du Musik anmachen, tanzen. Tu es. Kannst du eine Sporteinheit machen. Tu es. Liegst du im Bett, kannst gar nichts machen. Falsch. Du kannst immer etwas tun. Du kannst nach und nach alle Finger bewegen. Wenn du das nicht kannst, kannst du visualisieren, dass du sie bewegst. Du kannst sie auf deine Füße konzentrieren. Du kannst deinen ganzen Körper visualisieren. Du sagst mir vielleicht, ich habe ganz wenig Möglichkeiten, aber ich sage dir, es gibt immer etwas, was du tun kannst, um im Jetzt zu bleiben. Und das ist deine Rettung. Wir haben jetzt vier ganz einfache Strategien besprochen. Einfach bedeutet aber nicht, dass du sie immer leicht umsetzen kannst. Das erfordert Training. Am besten siehst du deinen Geist und deine Emotionen wie deinen Körper. Wenn du einen sportlichen Körper haben willst, musst du trainieren. Und genau dafür gibt es meine 10-Tages-Challenge. Dort lernst du dich in nur drei Minuten, drei Minuten so zu fühlen, wie du das willst. Bereits über 10.000 Menschen haben erfolgreich an dieser Challenge teilgenommen und sie sind jetzt Meister ihrer Emotionen. Klicke also auf den Link in der Beschreibung und starte jetzt völlig kostenlos gratis deine 10-Tages-Challenge. Denn du musst bereit sein, eine bestimmte Anstrengung zu unternehmen. Wenn du eine bestimmte Fitness haben willst, wenn du Ziele erreichen willst, genauso ist es mit dem Geist und mit den Emotionen. Es gibt genug Übungen, wie wir beides beherrschen können. Weise auf der ganzen Welt nennen den Zustand, in dem wir unseren Geist und unsere Emotionen kontrollieren können, Erleuchtung. Wir sind dann wirkliche Meister unseres Lebens. Vielleicht schaust du dir das Video einfach nochmal an und machst dir ein paar Notizen zu diesen vier Schritten. Wie du also deine Sorgen bewerten kannst auf der Skala. Wie du mit deinem Geist durch diese einfache Frage besser kommunizieren kannst. Wie du das Affengeschnatter, die Sorgengedanken in deinem Kopf wie einen Freund behandelst. Und wie du dir selber hilfst, durch Tun im Jetzt zu bleiben. Und dann probiere es aus. Sobald der Kreislauf mal wieder losgeht, so viele Gedanken, Unruhe, Überforderung, Angst, Sorgen, zieh deinen Zettel raus und mache diese vier Schritte. Oder mindestens ein oder zwei davon. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Menschen kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel. Wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei. Wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.